G.C. leistet sich zum Beispiel ein eigenes Krafttrainingszentrum. Für die jungen Spieler ist das alles noch neu. Sie sind sich noch nicht gewohnt, regelmäßig Kraft zu trainieren. Heute würden sie am liebsten den ganzen Morgen drinnen bleiben, denn draußen regnet es in Strömen. Aber es gibt nichts. Nach einer guten halben Stunde müssen sie hinaus zum Balltraining. Auch Sevan Kopkan, ein 20-jähriger Junior, der von Mönch-Altdorf zu G.C. gekommen ist. Es ist der beste Klub hier in der Schweiz, von der Juniorenabteilung bis oben raus. Es ist professionell geführt und das ist schon das, was eigentlich das Wichtigste ist. Professionell. Was versteht Sevan Kopkan darunter? Man wird rund um die Tour betreut. Von morgen früh, von zum Morgen essen um halb acht Jahre. Bis zweimal Training mit Profitrainer. Wir sehen ja, wir haben drei, vier Trainer auf dem Platz. Und die zweistündigen Trainingseinheiten, zweimal täglich, sind schon das, wo, ich denke, viele nationale A-Clubs oder andere Vereine nicht haben.